so meine damen und herren nachdem wir der long dark abgeschlossen abgeschlossen haben die zweite season von escape the dark roller ich bin keine bevor wir das abgeschlossen haben eigentlich eher danach weil zombie army 4 wird jetzt danach aufgezeichnet kann sein dass zombie army 4 gleich aber vorher hochgeladen wird bevor noch zweite season von mir hochgeladen wird in the long dark escape the dark poker was von mir auch die letzte season war von escape the dark poker in the long dark aber guckt euch denn wenn das so weit da ist das sind selber sage ich auch gleich dass in die weiß 15 minuten karte sind glaube ich 456 voll und ich habe es nicht mit gezielt aber hier sollte es umgehen im zombie army 4 der woche sommer mit der tour 4 je nachdem man es nennen möchte haben wir am freitag den dreißigsten pass nummer zwei gekauft ich habe allerdings sonntag den 1 november 16 uhr 55 gerade wo ich dazu komme es zu spielen kann ich hatte sticker und das alles noch das ist alles geblieben haben da hat sich hier noch nichts geändert außer jungen teils verdammtes 13 stück 4 8 12 und helden tat lassen zum 13 4 8 12 13 die werde ich aber auf abendet wahrscheinlich nicht nicht kriegen gleich alle da haben wir ihn schon tal der verdammt ist das ist das neue dlc genau das hat den glatt doch menschen die tonation wenn es akzeptiert ok leicht ein spieler weiter es gibt natürlich dementsprechend auch einen neuen charakter ich erwarten dass der ja hektar gentleman officer neue kopf mit dem natürlich aufrecht schalten die lc mit der ist neu der war letzten die lc drin er ist an diesem dlc trainer so wollte ich nicht mit dem kopf bedeckung einige denn natürlich nur das war ich glaube die waren die letzten noch und dann ab hier katzen das noch geklaut gas maske teufels maske kürbiskopf maske ok das müssen hell hell und hexenhut und dann ist es gleich aber auch mit buch pistolen du bist ausgebot warum dahinter jetzt noch mal ein städtchen das weiß ich nicht es gibt aber jetzt neu die schrutt pistole und dem verhältnis ich frage mich was wahrscheinlich ist die scans man die scans uns denn halt neu genau und dann haben wir hier bei dem war von thompson war vorher schon du hast auch schon da finden wir selber auch im letzten glaube ich schon drinnen genau ich glaube ich könnte letzten ab der kinder gewesen sein könnte bin mir aber nicht sicher so und hier und ich hatte ich ja schon ich sollten hier neue allgemeinwaffen zu sein aber vielleicht sind sie auch nur für der frau von skins sind durch die waffen aber es soll natürlich dementsprechend nicht so sein und wir gehen jetzt halt in den neuen bereich rein gesagt ich habe das noch nicht gespielt ich habe da habt ihr auch gerade gesehen noch ein comic jetzt hat er geholt ja auch keine ahnung sind ich habe ja auch ich habe mich auch nicht gespollert in der hinsicht wie das level ausschaut oder was ich hier machen muss mit dem kult gone there is no rest for the wicked for this mission you are headed north be sure to pack some extra layers another hellstorm has been sighted above the alps as the new chief occult scientist Edi volunteered to take a scout team to investigate but we quickly lost contact with her and her party with what happened to schweiger we can't afford to lose her too so get in there rendezvous with her party and do whatever it takes to shut down that hell storm nachher kann ich ja nicht anders kam komme ran die müssen wieder mal weit thriving ich denke es wird auch noch eine season 3 geben würde mir nicht wollen wir die season 3 hätten wieder auftaucht NIE OBILEGEN Ist das wirklich dafür kein Zaun? Okay, jetzt hab ich schon. Das wäre, wenn wir das sind, dass sie symbolieren können. Was sind wir bis jetzt? Oh, ich mag es eher. Ich muss gerade hier kaputt schießen, aber ich werde hier sicherlich einiges übersehen. Kann ich in Richtung... Wir waren schon wieder lang. Hey, was ist weg? Hey, was ist weg? Hey, Kollege, alles mit? Lass ihn nicht sterben. Getroffen? Ja, gut. Okay, mit einem ist es schon zu dunkel, da kann ich nicht mehr so viel sehen. Na, der andere müsste ich, glaube ich, eh umkippen. Den Burn, genau. Der hat aber Glück, der Sack. Äh, es ist ein Arschschuss. Na, okay, bei einem Schuss. Sonst noch wieder da. Na, jetzt ist ein Doppelschuss. Wahrscheinlich. Da hat es eine Krähe, da hat es noch eine Krähe. Das ist ein Industriekrähen. Ja, Junge, was willst du eigentlich? Links, rechts, links, rechts, ich kann... Nicht links, rechts, links, rechts machen. So, ist die Tür immer noch auf? Natürlich nicht. So, mach ich vielleicht mal wieder aus. Wie war das jetzt mal? Okay, eine Hand, einen Brief, einen Comic und einen Helfer. Und wir wissen ja alle, die Hände sind gerne oben. Ich muss eh da durch. Du bist schon tot. Junge, ich sehe dich vor die Hände. Junge, ich sehe dich vor die Hände. Jetzt sollte ich nicht zu viel gucken, oder? Ja. Ich konnte jetzt nur noch schneller gehen, oder was? Bleib ihnen. Bleib ihnen. Nein. Ist aber sicherlich. Im Moment. schütteln und abschützten wo kann ich kann ich mir kann auch hier so weit für keine jucke kenne ich habe es nicht so lange baumstamm und die handlung oder sowas aber doch genau diese musik ich will das auch gleich so ein schützer ausguckt so this is the base defenses look strong must have taken a lot of dead to breach them bruno i have a feeling we're not going to find any survivors it's a ghost town it's a ghost town guck mal ein dummi ein dummi der besessen hat so ist er jetzt gerade da hinten hängt es zu mir gibt sie noch aber wirklich nicht okay ich war ein Guck mal da, der Messdoller. Da hinten. So. Dokument. Gut. Also ich müsste schon versorgen, der Herrscher. Ja, ein Kollege. Kollege, 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 Kollege. Hallo? Du wieder? Need to get it fixed up. Clear the area and restart it. Wieso stirbt sie? Nein. Falsche Tapfe. Jetzt kommt er natürlich nicht mehr hoch. Ich will ja aus dem Turm raufhören. Nur vorgesehen, dass ich auch was mache. So, laden wir nach. Gut. Splittergranate... Mache ich denn? Wenn ich zwei Plätze frei habe. So, Comic ist ja auch leicht zu finden. Nur die Hand denkbar ist. Wird problematisch. Die Hand werde ich dann wahrscheinlich sowas von übersehen. Je dafür. Ja. Kolpress. Oh, je. den habe ich gerade noch so gekriegt es ist ja rechen schuss am leben gewesen ich liebe die aufgerüstung war hart hinzukommen aber werden es immer mehr oder was es ist jetzt immer wiederkommen also kommen immer wieder okay dem ist das überflüssig gut für preuze aber sonst macht es da bleibt doch er bei mc pragmatisch mit mc pragmatisch sowas mit dem kollega was er tut wenn wir nicht wissen was mich gleich erwartet genau entweder muss ich darüber oder ich muss denn obwohl da komme ich gar nicht weiter nach mir das heißt dass er kommt aber wahrscheinlich gleich eine rote rein was ist das okay ist nun acht und zwar auf den hand meistens sehe ich immer die ich denke dass ich in der hand was aber von the last can canados Ich bin der Kuba. Oh, ich bin der Kuba. kann ich aber machen junge ich weiß dass sie multipliert scheiße ich hätte runter machen müssen jetzt so schönes Juhu! Nein! Ich trink immer die falsche Taste! Das kann ich hier wenigstens wieder raufgeben. Ey, da kommen wir mit mir aufgekochen, oder? So. Ach, tut das ja gut. Kann ich euch kaputt schießen? Ja. Nur, nur bleib liegen! Dich will keiner! Ernsthaft, da füge ich hier rein. Für... Nix! Okay, du bist nur ein Rabe. Okay. Genau, Hand und Comic-Field. Ich glaube, ich habe die Hand gefunden. Okay, sah so aus. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Und jetzt, ich bin hier. Aber ich bin hier. so bevor du mich in der walt schließt dafür kann er dafür immer noch da und ich hab kollege Was ist das? hoch okay hat es ein bisschen klein zu ich glaube karl markt reinzug nicht hier gut da muss ich ja sowieso wo ist denn eigentlich ich kann es nicht sehen wo mein unterschritt ist ich nehme an dass ich an der hand schon bestimmt schon vorbei ganz aber das spielt jetzt hier keine rolle das war jetzt gerade bisschen blöd jungen ernsthaft geht zurück an der loch die anzeigen nicht so nämlich einfach was man ich bin zurück HALFPAG, der will nicht durch Neues Nein! Ciao! Junge, komm ab hier, komm tschüss Ihr Sch... ...Buck aus, Alter Creeper? Ja, das habe ich ein bisschen mehr oder was? Ich habe keinen Bock auf Sniper, bin ich schon. Sniper down. Halt! Bist du? Ja! Ja! da fühle ich immer dann junge ich hoffe es kommt keiner Schnellen wir haben! sie könnte ich mal ganz viel versteckten da komme ich was steht denn noch hier die hand und dann rettung der führer und der schopf sind sie machen hat sich in meinem kopf wird sie nicht Das ist schon... Ja, das ist... ich weiß es komplett am arsch aber wenn ich gleich noch ein half pack ich habe wieder ein half pack genommen ich bin ich bin ich bin Das war's. So ist es nicht safe. ihr seid ausseht, ja wie gesagt, ihr spielt noch die Hand. Da muss er jetzt notgetrunken einmal meine erste Hilfe-Zett nehmen. Wollte ich gerade sagen. Wie kann der ein 3er Schuss überleben? Ich dachte, da oben müssen wir... ... 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